Hallo, ich bin Audiotraveler Henry Barchet und in der neuen Audiotravels-Reihe Musiktourismus weltweit reise ich nach Baden bei Wien, um mich dort mit der Sängerin Katrin Schuh über Wiener Lieder und Gstanzeln zu unterhalten. Das Wiener Lied nimmt einen auf der ganzen Welt mit. Das ist einfach Witz, Scham und Gefühl. Aber, Herr Jelinek, so geben's doch die Hände weg. Was zerwickeln Sie mich in den Bobo? Herr Jelinek, das geht nicht so. Im Pfälzer Musikantenland habe ich mit Elaine Neumann über die gefährlichen Reisen der Wandermusiker gesprochen. Die Wandermusikanten waren ganz besonders unter Verdacht, Spione zu sein, weil sie aus Kostengründen meistens zu Fuß unterwegs waren, hat man geglaubt, sie kundschaften gute Kriegsrouten für irgendwelche Einmärsche aus. Mehr zu hören in der ersten Episode der Audiotravels-Reihe Musiktourismus weltweit.